Das kann normalerweise an sowas nett passieren. Ich kann das schon mal sagen, Ed Dale, der bei dem ganzen Prozess, den ich jetzt am eroieren bin, gravierend die Unterstützung gebrungen hat. Leider noch nett, aber es war der Virus Scanner unter anderem. Real-Time-Protection habe ich mal ausgeschaltet. aber der war doch von casper sky und der ist sehr performant und noch ein norton gehabt ja 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 an avira reiss doch eigentlich ressource kann man ruhig schaffen mit ja aber ich persönlich bevorzug keinen viren scanner macht mir spaß ich habe file exclusion und prozess exclusion jetzt Ja, ich habe jetzt alle ihre Programme runtergeschmissen und dann läuft bei mir alles perfekt. Ja, alles läuft dann, genau, ja, das stimmt. Ich beschütze die Unschuldigen. Ein Gute wie im Schlechten kann man an der Stelle auch mal rein. Ja. Jo. Reaktionen. So, breitet den Angriff vor. Ist ja zu mir so eigentlich, aber dann schon Merger, ne? Ja, woher, also es läuft immer noch nicht performant, also es leckt immer noch, ja. Wer ein Esel oder? Esel scheiße, was? Also Frames habe ich immer noch, durchgehend 50, aber irgendwas ist schon 14 Minuten, ja. Perfekt. Ja, also ich habe mir ja auch ein neuer Rechner gekauft. Ja, dazu ist im Moment das Budget über Stil gesetzt, ja. Der Hauptpunkt war ja, dass er immer abgestürzt ist. Ja. Und der Neue hat seine Selvore gelangt. Mhm. Und er hat sich herausgestellt, dass wir so ein Bluetooth-USBs nicht gelangt haben. Ja, sowas ist es halt dann, ne? Ist dann halt schon. Die restliche Eselpisse ist dann manchmal auch gern. Und dumm. Cooler Piss. Laptora Systeme hochgefahren. Also ich kriege grad richtig mächtig Epchain. Do you see? Bisher sind wir noch Pletten hier? Das war's für mich. Das ist eure gerechte Strecke! Ihr Punkt gehört mir! Mir! Das ist eure gerechte Strecke! Raptora Systeme hochgefahren! Sollte ich nicht eigentlich immer mal wieder ein bisschen Werbung machen? Die Pirate von Kaman oder was? Warum? Mache ich das zu viel? Soll ich jetzt in dem Spiel noch nicht Ammo? Was hast du vorher erwähnt? Bei Twitter? Perfekt, dann werde ich auch gleich wieder auf IT-Pile bekommen Ja, aber die ganzen Spieler wissen doch schon nix! Achso! Nein, so nicht, ich hab es noch nicht! Hm, will ich jetzt schon? Okay! Ja gut! Ich hab jetzt im Fernseh noch nichts irgendwie von dir erklärt! Ja, Fernseh ist ja noch an der Stelle ganz aktiviert! Radio ist... ah nicht! Mein Kanal... doch! Im Radio waren wir schon! Oh, hier ist ein... Flug von mehreren Personen! Ja, jetzt nicht auf IT-Pirate, aber an sich schon, ne? Also an sich... Arbeiten wir auch gerne mal mit mehreren Leuten! Okay... Oh... Machst du denn doch dann eben was vor? Äh, nee, ich pingel immer mit in die Hose! Also jetzt auf IT-Pirate.com? Nicht, nee, das war ich schon so, ey! Na... Das ist... Das ist richtig... Also bitte allein an dem... ...Mit-Pirate... Ja! Okay... Aber... Vielleicht soll ich da doch mal Gedanken über Community Manager machen oder ein bisschen... Hey, hab ich doch... Bin ich doch jetzt geil? Enterprise Mobility Community? Hm, ja, sagt mir jetzt... ...ich hab's gemacht und jetzt ist alles perfekt quasi... Nein, sagt mir nix! Doch, perfekt! Was hast du gemacht? Enterprise Mobility Community... Hm, Deutschland sogar noch, ne? Deutschland... Halt ich einfach zwei Wochen lang... ...Präsentatione... ...über... Okay, komm! Äh... Probeung! ...den modernen Arbeitsplatz... ...der Zukunft? Ja, perfekt! Schnapp, ey! Krass, ey, ja! Ja, sehr perfekt, ey! Du bist ja voll drin! Nachzulesen bei... IT-Pirate.com Ja, perfekt! Mhm! Ein moderner Browser... ...kannst du die BW sogar weglösen... ...die ich sicher wobleiben! Das ist genau Sinn, ne? Ja! Oh, ich hab mich vor die Seil... ...äh... ...heh... Ja! Sagt mir jetzt nix! Aber wir lassen uns jetzt einfach wieder so richtig inschenken! Ja, das tut gut! Ja, das tut gut! Warst du da noch gegern dabei? Als... ...mal ins Gesicht geschehen, ja? Nein, nein, da war so relativ langes Spiel... ...wo du Bernard dann... ...sicht gesquattert? Ah, nein, ja, du warst gammeln dabei! Nein! Nein! Warte! Oh, ich hab mich aufgelastet! Ja, ich hab mich aufgelastet! Wenn das ok ist! Ah! Oh, ich hab mich aufgelastet! Wenn das ok ist! Nein, wir würden uns jetzt gar nicht mehr nehmen. Ich habe den Punkt noch nicht mehr gesehen. Der hat 28 Comments in Spam-Queue. Perfekt. Ich sage mir jetzt wieder nichts. Spam auf so Blocks ist gar nicht so... ...organal. Jetzt bist du ja schon eher häufiger. Gerade leckt es ja wieder wie Esel-Scheiße. Ja, aber... Gut und. Merter, der Wacker. Ja, und Dr. Bock ist jetzt... Ich habe keinen Bock, nein. Warum nicht? Irgendwas mit Anabolika. Anabolika, ja. Weil die hätten uns dann auch wieder mehr gemacht, oder? Also... Ich sage mal, irgendwann mal... ...de Punkt. Zehn. Ja. Dann hätte ich halt Q drücken. Warte mal ein bisschen... Ich habe im ersten Spiel nicht einmal Q gedrückt, weil ich gedenkt habe, vielleicht ziehen wir mal den Punkt. Ich glaube, da bin ich falsch an der Sache. Mit null Kills hat man momentan keine Medaille. Das ist unendlich. Mit null Kills hat man keine Medaille, ja. Ja. Rostig geht's gut, oder? Oh, guck. Habe ich das in Düsseldorf gemacht? Also ich habe Gold, ja. Mit was? Interessiert. Mit C. Und 4603 so ein Schade. Okay. Soll ich mal den nicht nur in die Gruppe hinladen? Wer? Was war's das? Der Russ oder was? Ja. Der Russisch ist ja ein bisschen in Geräusch. Ja, das macht ja nichts, aber auch so. Ich lerne aktuell Portugiesisch. In die Gruppe und... Nach der... ...grandiose Aktionen... ...hier an dem grandiose Spiel geschehen und hab ich mal gedenkt. Es wäre Zeit für Portugiesisch zu lernen. Gechehen und... ...auf 0-0 mein Schatz. Ja, das war ja schon ziemlich gut eigentlich. Ich fand die... ...Elfmeter-Situation schon. Perfekt. Ja, hat er... ...gut gelöst, ja. ...zu meiner zufriedenheit hat er das gelöst. Schon so auch nicht schlecht, wenn es nicht so schlecht war. Das hat mich schon glücklich gemacht. Ja. Vor allen Dingen, als er wieder angefangen hat mit der Ronaldo-Show, habe ich gedacht, Alter, wie geil wär's, wenn er denn alle weibersauert hätte. Ankunft beim Li-Jau-Tower. Ja, sehr gut. Ja, aber er denkt sich halt, ah... Alter, ist mein Team kacke. Machen Sie sich bereit zum Anderf. Möglich. Selbst sei, äh... ...sei Ausländer-Kollege, ähm... Ja, selbst sei Ausländer-Kollege, äh, wie heißt er? Machen? Äh... Na ne. Machen? Na nie? Ach, den nehm ich auch nicht. Sanchez ist glaube ich gar nicht dabei. Nein, nein, der linke Innenverteidiger, die Dummsau, Pepe. Guerreiro. Ja, Pepe, der ist eher nicht so gut gewesen, muss man ja in der Saison sagen. Pepe aus vielleicht Barcelona? Nein, ist der nett. Der misst bei... spielt er bei Barca? Ich spiele eh noch mal. Oder hat er nicht da... in Real gespielt? Warte mal, ich klicke das mal noch. Pepe. Ah, da gibt's Pepe. Pepe Fußballspieler, perfekt. Okay. Ähm... Was für Fußballspieler? Der spielt bei... Ich Fußball, Weltmeister. Pepe. Oh. Ich party... Jetzt ist Sparte Peron... Es geht nach unten. Das ist ja ganz gut. 40 Jahre... Es ist ja real, ja! Es ist ja real! Mh... Das ist... Alles klar. Ich habe das aber nicht специale. Perfekt so. Ja, aber... Wenn man sieht, sind wir da momentan so wie es Baltimore zu mir. Oder gut dabei zu. Dem ist es ziemlich egal, ob das Team kacke ist. Du meinst, der Nordamerika Cup oder was? Genau. Ja, aber gut, der... Wir haben ein bisschen lange geschickt an, ob wir was probiert haben. Ja, der spielt ja auch jetzt nicht so schlecht. Ja, da ist schon... Weißt ja schon wie das funktioniert, da mit dem Fußball und so. Ja, da ist was Overwatch auch geht vorne dabei. Overwatch? Macht er auch? Ja, ja. Gamersuit TV heißt er da. Level 320. Ja, da ist er hier oder? Ja, da ist er hier nicht. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ja, ich bin hier nicht. Wann nicht, wenn ich kein Geheilt wäre? Nur wenn es kein Umständen macht. Hm, sind das andere Gegner oder was? Es leckt wie gut, du äh, es gibt's kaum Merder, der Wacker Ich seh, du hast das Auge von deiner Mutter gehört Jetzt müsste ich eigentlich schon wieder geheilt werden Ich hab ja gehofft, dass die irgendwann mal vorhin kommen Dass du mal Q trägen kannst, oder was? Ja Oh, ich hab so gut gedacht, dass ich keiner getrockne Perfekt, ja Ganz gut, oder? Und während ich nichts getrockne, hat dann der Hanzo einfach einen Pfeil aufgeschossen Und dann war ich tot Somit hat man mit Enkin nichts Ja Hallo? Also, ich brenne, ja Brennen Ich müsste da gerade gut aufgeräumt haben, muss ich sagen Ich glaube, der Hirn brennt Das... Ich stehe jetzt an der Stelle, nicht abstreite Und brennte? Jetzt, hierher.. Also, brennt ich wohl nicht Hm... Aktuell müsste ich brennen, doch Na? Das ist,... Ah, na, ich ne, ich brenne nicht, na Na, 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 na Na, na... Na, ich hab wieder aufgeahlt Bis auf der Busio, hat auch Kenner was Gutes gemacht Da von hinten kamen 3 bis 4, ja. Ja, ich müsste jetzt gleich tot sind. Ich bin dort. Danke. Perfekt. Ich erlische meine Beute immer. Was ist denn? Ja, ich spreche durchaus. Oh, jetzt breche ich ein bisschen Elia. Ja, mich töten sie dann jetzt an der Stelle eigentlich hauen. Sollen wir also das gewinnen lassen? Äh, ja, Heal den ich nennen. Das ist direkt, ja. Mit 2 Kills hat man dann mittlerweile keine Medaille mehr. Ich habe 8. Also, das ist total. Ich kann gar nichts mehr. Ich weiß wirklich. Ich denke, du hast eine Medaille. Ich kann gut finden, dass es zwar deine Arme durchsteht, aber dass ich das Play of the game habe. Okay. Das ist schon gut. War das das gerade oder was? Ja. Perfekt. Ja. Somit müsste eigentlich ja mit 3 Kills mittlerweile nichts mehr an. Na ja, wenn es nicht mal ein Nachnummer inlaufen ist, ist es doch eigentlich gut, ja. 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 Ich bin so gut da. Alter, nice. Das war ja gut gemacht. Ich brenne mich, warum? Warum? Oh ja, oh. Ja. Das geht mir nur noch ums Brennen für mich. Also alles andere ist mir... Okay. Ist finde ich echt super do. Esel besser. Wie kann man am besten das Brennen aktivieren? Weil man muss 1,2 Life Killer auf der Weine auf dem Wegkopf stehen. Dann ist das eigentlich bei dir perfekt klar, ja. ja ich bin jetzt falls es interessant ist für andere mich hätten sie also mittlerweile hat man mit 5 kills kein medal mehr oh die ist ja ja die netta activated die macht alles ganz gut die hat mich jetzt schon ein paar mal ziemlich mächtig ja, wenn man sie dann jetzt einfach gewinnen lassen ja, können wir machen hab jetzt eher gedenkt gewinnen können wir machen, ja gewinnen lassen ja 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 Es hat eigentlich auch schon gescheitert, als du gesagt hast, bessere Alternativen, die nicht viel Dairer sind, also... Also es geht ja vielleicht um 5, 6 Euro, Dairer. Da hab ich mir schon gedacht, wow. Und sie sind schon immens viel besser, die Alternativen. Du solltest dich eigentlich noch mal anders orientieren. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Sag mal, wenn ich das richtig sehe, haben wir das Spiel verloren? Hat das Sinn? Das ist mir auf jeden Fall verloren, ne? Ich hab große Pläne mit dir! Okay, normalerweise ist schon aus. Du kennst das ja, Defend ist immer Torbjörn und... Also, Loserheld, probierst du da jetzt aus. Okay, wo will der jetzt hin? Ähm, wo geht's, Gugu? Heiler? Ich hätte mal einen. Das ist mir der Geist. Ich bin einfach stehen geblüfft. Ich bin einfach stehen geblüfft. Hahaha! Das gehe ich jetzt nicht. Ja, das ist mir auch okay. Ich steck's. Ich bin hier, ich bin hier okay. Okay. Was kommt denn? Ähm... Ich muss eigentlich schon wieder der Scythe tun, wo man mit... Null-Kill ist, dass es nix hat. Ich meine, da verstehe ich was... ...dote mitgemeldet. Ich bin hier... Oh... Oh. Oh, bei mir da hinten drinnen ist der End oder ohne? Ah ja, danke für den, ist das sehr gut. So, jetzt machen wir uns wie rückgekommen, einfach vom Computer, oder? Ne, sehr gut, danke. Hat für mich super gepasst. Ich muss das sagen, ob du noch so gerade erzählst. Okay. Ja, wunderbar. Ja, die fahren uns jetzt auf der Schuft, ja. Die fahren uns jetzt auf der Schuft, genau, ja. Die fahren uns jetzt auf der Schuft, genau, ja. Ja, krass. Das soll nicht so gut sein. Doch, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Microsoft, also Windows Defender, sehr gut ist. Ach du Scheiße. Doch, also... Ne, würde ich mich jetzt schon mal... Das möchte ich an der Stelle nochmal, auch im Namen meiner Eltern empfehlen. Okay, ja. Wir kennen es sich mit jedem Programm genauso gut aus. Also, das ist wirklich... ...eselscheiße, ja. Eselscheiße, warum jetzt genau? Guten Tag. Sehr gutes Programm, ja. Verstehen jetzt. Hallo, guten Tag. Hallo, wer ist da? Irgendwas mit Eselscheibe habe ich noch gehört. Ja, eselscheiße, ja. Michael Defender. Sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Weil... Also, die... Perfekte Eselscheiße, ja. Prinzipiell, die Zielerprogramm, die selbe... ...Dateplanke, und deshalb wundert es mich jetzt. Was ist so großartig hier? Äh... So... Anders bist. Ei, alles und es ist besser. Besser? Alles. Alles. Alles ist besser. Mit keiner Ausnahme, nämlich alles andere. Alles andere... ...außer... ...error. Alles andere... ...error. Alles andere, außer alles ist schlechter, und... ...alles ist besser. Oh. Oh. Ja, da werde ich jetzt gleich sein... ...sitzen. Das wird sehr schwer, wenn du dann im Kreis stehst. Kreis? Kreis. Äh... Na ja, geh' ich doch gerade noch mal aufs Klo. Haben wir noch eine Highland? Weil dann wird die Highland probiert. Ja, dann hätt' ich immer... ...meine Bastion. Hey, geh' zu mir, ich denk' Das ist eure gerechte Strafe! Der hat gerade bei sich im Kreis gesagt. Haha, der hat seine Ulti nur für mich genommen. Und dann hast du es auch? Ja. Also hat er nicht gelogen. Weil wenn er tot ist, laufen die Kollegen einfach so allein hin. Hast ja jetzt gesehen rechts oben, ne? Mhm. So war's. Und die werden's pausenlos weitermachen über sich. Einfach immer... ...links der Hut, da steht ihr. Ja, guck, da ist er. Jawoll. Was? Ja, ist gut. Guten Tag, guten Tag. Oh, äh, ich hatte einer totgelötet. War vielleicht sozusagen aggressiv. Ist einfach so geil, wenn ich wieder anraschen werde, fertig. Wer dann? Farrah. Ja, probiert mal Farrah aus. Quake. Gegeanormt. Noch bis am 4. Ja. Geht's auch. Mit wem? Ob ich vor Radi? Ja. Das ist jetzt, äh... Das ist, äh... Die ist, äh... ...dünner. Na, jetzt mächtiger Idiot. Das ist eine Situation passiert, wo ich dann, äh, Video machen muss. Was dann auch hochgeladet wird. Jupp, das ist hochgeladen. War schon relativ witzig. Na gut, da rufe ich mir das jetzt mal an. Ich wünschte, ich hätte das Schmerz von Gichern aus meiner Ego-Perspektive noch mal. Das war echt witzig. So, die Schnusser auch. Mach gleich mal einfach so wieder auf. BAM! Hauptsache, Renner tot. Doppel, Lucio, Enz 05, win! Jupp, das ist es. Kein Witz. Wahrscheinlich glaube ich... Ohne Mikro? Immer. Wie ohne Mikro. Das hat mir einfach nichts. Ja, no. Stimmt durch die Tauben aus. Achso. Am Anfang sah man nicht viel. Das hat mir... Achso, das haben wir doch schon mal gemacht, oder? Doppel, Lucio, Reinhard, Clara, Trunkbred. Haben wir das sogar auf der Map schon mal gemacht? Ja, das Auto, Fahrt, Renner, genau. Ah, ähm. Minut 05, win. Ahem. Ahem. Hab Tora-Systeme hochgefahren. Ja. Sagen sie, ja, 59 Sekunden gewinnen wir. Folge uns. Oh, wir haben das recht. Jo, nice. Punkt da, hätten wir jetzt auch bei mir. Ja. Ja, da haben wir uns bisschen lang aufgerollt. Ja. Merk mal. Ah, jetzt müssten wir jetzt gewinnen, ja. Ja, das hat... genau, ja. Das passiert gerade auch bei mir in dem Video. Brenno! Wow! Schön hämmer. Oh! Nice play! Hämmer. Warte. Ich... Von den anderen aber bisschen hingeredelt. Genau so ist es. Ja, wenn ich jetzt von dem Video-Spiel her... Oh, wir sind schon in der Top. Nice hacker. Das war sehr alt, hör. Wow, Bernhard. Wow. Das kann sich doch sehen lassen. Ich habe mir gerade das Ganze schnell angeguckt, in den zwei Minuten, die noch übrig waren. Ja, ich. Wenn man so schnell gewinnt, ist es von der Erfahrung her auch ziemlich lukrativ. Darf ich? Was hast du denn gekriegt? 100. So... 100? Nee. Wow, Bernhard. Wow. Hä? Wow. Direkt bei it-pirate.com. Sehr gut gesagt. Perfekt. Ja. Da ist alles drauf, was du brauchst. Ja. Mach schon mal ein Hashtag. Hast du die? Hm? Hast du... Ja. Hast du die, hast du alles. Ja, okay. Wir brauch schon irgendwie schon. Gibt's heute den nächsten Block, wo ist deine? Heute ist wieder soweit. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich weiß. Ich zähle dich ja... Ich habe ja die Woche gesagt, ich zähle dich als einer meiner treuesten Leser. Was mit mir? Du... Nein, nein. Was? Ich gehe jeden Tweet mit, Alter. Ja? Okay. Letzt hat tot. Hast du doch gesagt noch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich gehe retweet, wie du dir vorne gestanden hast. Ja, okay. Ja, sicher. Weil der Volk ist abartig. Das interessiert mich. Ja, das ist Wahnsinn. Jetzt gehe ich komplett viral. Ja, das ist einfach... One-Hit-Wonder. Oh, cool. Heute ist Tough Mudder. Das ist bestimmt auch genau. Okay. Mit dem Wetter so ein bisschen der Schlamm... Oh, ja. Wollen wir ja nicht ein bisschen am Rheinufer entlanglaufen gehen? Heute, nein. Heute... Aktuell ist Lernphase. Aber das müsste doch ziemlich gut gehen, jetzt wo das Rheinufer direkt vor eurem Haus ist. Ja, das ist Ruhe, ja. Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Hast du nicht grad vorhin mir so überrettet, dass er schon noch muss laufen gehen? Nein, ich hab dann Sexgritz. Das ist nämlich cool sogar. Ach so. Mit rüber, und dann hat's gehe... Ah. Und dann auf einmal... Oh. 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 Kannst du, dass es eher so war, dass du mit deinem Gedanke gespielt hast, und dass sie dann ungefähr so wie der Ronaldo geschern? Ich schütze die Unten! Ungefähr so wie der Ronaldo geschern! Oh, geh ich mal noch kurz, was? Ja, ciao! Tschüss! Ich hab mir halt mal in den Kopf geschossen! Das weiß ich schon! Wow, Bernard! Ja, Alexander, hast du auch Tweet-Deck, oder hast du das noch nicht entdeckt? Nein, ich benutze es wieder! Oh Gott, ich stiehle! Oh nein, ich stiehle! Kein Leid! Schnell! Ich fand die Stiehl mit C4 gestrengt, aber die C4... Jaja, es geht nur um die Stiehl! Die Schossen egal, Hauptsache man, die Stiehl kaputt macht! Leck! Gehen Sie bitte denn der Loser hin! Ich? Ah jo! Wir müssen links durch! Das ist schön, schön, dass ich gewacht habe! Ich mach die Turtles wieder kaputt! Ja, die Ferre habe ich gut abgeschossen mit der Vieh! Ja, dann glaube ich, Pushe! Oh, die Möse hätte ich da noch! Jawoll! Dann, that's it! Pushe denn! Das Ding drauf fährt! Danke! Okay, dann geh ich wieder! Wir machen das Rad nennen! Oh ne! Warten, bis ich da bin! Dann eigentlich das Ablenke so lange! Waschen noch Rad? Ne! Das ist das Rad abgeschossen! Sofort! Ja, aber wenn es sofort abgeschossen wäre, dann hat er es noch glaube ich! Ne! Ne! Okay! Das ist immer weg! Also wenn es gerade rauskommt, ist es weg! Also es war raus schon! Man kann es dann wieder ablesen, wenn es gerade erstrickt! Also hat er gemacht! Also er hat vor... Also hat er vor... Er hat vor... Er hat vor allem gestanden und er war drauf aufgeteilt! Oh! 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 Oh, das ist gut! Dann ist es nähert! Komm mal wieder dort! Ich weile dich jetzt gar schützt voraus! Heil mich doch! Tau, Tau! Was stimmt denn mit, du, Nitz? Er gibt meine Bußstrahle und ich verrecke langsam! Der halt nur der Ascati! Nee, er hat die Strahlung vorgelegt, aber das ist lau. Nee, nee, der heilt nur der Askati. Aber die ganze Zeit bevor. Ja, aber er heilt nur der Askati. Ach so. Ja, das ist das Verstand. Aber so laut wird er wieder da. Oh, ich mache komische Geräusche. Was ist denn da was? Und wer macht komische Geräusche? Du machst wie so ein Hund. BAH! Ach du, mein Held, Mensch. Ja. Ist das in Ordnung, oder? Ist das klar bei dir? Guck mal, Torbjörn, ja. Geht wieder gerne an ihn. Bin drin. Hallo. Bin drin. Der heiltle D! Wo ist er? Ich hab's Turret. Ja, gut. Ich hab's Turret. Wo waren wir stehen geblieben? Oh Mann, was ist los? Warum gehen wir keine Kills? Mal 4 Gold ist. Die haben keine Heiler? Ja doch, die haben keine Heiler. Ich hab's zurück. Die haben ein Merzi. Oh Mann, ey. Du schützt voraus. Vorsicht! Ich bin allein drin. 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 Los, wartest du. Ahhhh. Macht keinen Sinn. Guten Tag. Wir haben jetzt ein, wie hält der Sinn macht in der Situation, wenn wir schon stationär sind. Moment, was macht es jetzt zwar Sinn, du zu warte? Ah, ja. Hup, wir rennen immer einzeln hin. Ah, ich hab gebrod, ob wir da sind. Keine Art, nein, gesagt. Ja, wir rennen einzeln hin, weil wir dann hinten stehen und warten vielleicht. Jo. Ich glaub jetzt auch hinten stehen und warten. Er hat... äh... Oh ja. Nice. Da, 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 na. Huck. Zack. Bleiben dort. Ich glaube, wir müssen switchen. Mensch. Boah, der Turm melatzt mich. Mein Ultimate lädt sich auf den 7.4.18. Hier im Sancte. Ich bin mir wieder einzeln hin. Alexander Benoic. Wir waren also auch 5 waren drin gerade in dem Moment. Na, der Heiler war AFG. Ja, gut. Dann... Oh, er rennt jetzt wieder hin. Macht Sinn. Es sind 5 Leid vor mir. Wir können rennen gehen. 5 Leid sind vor mir. Wir sind Aldo. Wir können rennen. Ja, wir können rennen. Hier ist genauso. Ne, 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 ne. Ja, und dann halten ihn. Ja, ich darf rennen. Auch wenn der Einsicht ist drin. So. Aber du. Ich hab den Turm Zweck. Wir waren am Wald gepumpt. Ich war ganz allein. Ich hab die Lippe da und nur weitergeknackst. Howard. Greif das Tier an! Schließt ruhig die Hand! noch 10 Sekunden. Die Zeit wird knapp. Setz Sie unter Druck! Rechner geheilt... Wir werden gefeuert und gerecht verpflichtet. Aaaaaaahhhhhh Aaaaaaahhhhhh Aaaaaahhhh Aaaaaahhhh Aaaaaahhhhh 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 Ein Streit! Ich hab' nicht erwiesen Das Qualt war jetzt mal nicht ja Oh Held Held, sterbe nicht Das Altimeter an rennt wie ein Stier los Jupp Was aber Heroeswitch manchmal drängt, das ist unglaublich Und was aber, als ob's gewollt wär Ja, aber stimmt Das passiert mir nicht nochmal Oh, komm ey Soll ich wieder switche, hm? Oh Oh, na wei Das war der, doch, das war der Mercy Oh, nice Auf geht's Auf geht's Die bufft mich die ganze Zeit und ich verreckt langsam, wie kündig ich denn aus? Flaschweißern hat das das zwei Klicks gehabt da Ja, manchmal hat er mich Hm Mehr Tanks eventuell, dass man bis auf den Punkt steh'n kann Ich hab' dich im Visier Oh, der Inbottmann steht da rein Ich hab' dich im Visier Ich hab' mich selbst gelatzt, wie witzig Ich hab' mich selbst gelatzt, wie witzig Ohhhh Okay Was stimmt denn da nicht? Ich kämpf' eine halbe Stunde lang vorm Punkt Im Kern ist's aus, du Jo, ich hab' auf die vier gewartet, die hinter mir gelaufen sind Ich hab' nix mehr Der eine, der vormal gelaufen ist, hab' ich ignoriert Das war' ich krass gemacht, ja Der hat gelatzt, hab' ich gemerkt Auch ein anderer Held System repariert Geschick im Einsatzbereich Ah, Turret ist dort Ja Ich seh' vier Leid, wo immer Geh' ich mal rin Zurück auf Patrouille Symmetra Turrets kaputt machen und jetzt mal schnell abhauen Oh, danke Oh ne, da steht noch ein Turret Wie viele Tropiens haben denn da? Einer Der hat ja so schnell seit schon wieder aufgebaut Direkt Shift Direkt Shift Dann steht's wieder Oder hat das schon wieder mit Zwerge gehört Hat das schon wieder mit Zwerge gehört? Hat das schon wieder mit Zwerge gehört? Das ist ja irgendwie komisch Ich hab's gut nur weggelatzt und bin dann lieber Und dann hat's direkt wieder aufgebaut gehört Ja, ich sieh's, ich weiß was steht Geh' mal neben ihm Jupp Zurück auf Patrouille Oh, komm Pfff Schuld an sich hab' ich Ich drück jetzt einfach Q Vor mir ist keiner Doch, Dr. Bock ist vor immer Bereit für ne ultimative Schießerei Und dann kommt noch zwei Oh, okay Oh, okay Ob das so ist Oh, rechts, alter Xanderhunde, die sind so viel Turrets von der Sinatra Und Ich hab's alle weggemacht gerade Sind sie schon wieder da oben? Oh, rechts, alter Ja Inner mir? Also ich hab' nichts Unter mir Unter dir Der ETC ist auch gut ausgeschlippt Jo, ist okay, Wunder, oder? Nein, aber wirklich Fisch dich aus? Noch 10 Sekunden Wenn ich volle Hälfte bin, das kommt sich drin Boah, komm Ach so Hopp, abgeht Jetzt haben wir keine Chance Der Turret muss down Der Turret muss down Der Turret muss down Ach Oh, nee Das hast du nie hier, Kuppel Ach Der Kuppel war da Nee Doch, oben der Turret war der Kuppel Kannst nicht rausschießen Ich weiß nicht, was ich da gemacht hab Ich bin glaub ich gestorben Ach nee, die sind gestorben Wauuuu 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 Sorry of the game Merci, ist nicht drin für Heilungen So Ich bin da Ich bin da Ich hab vorhin was witziges gemacht. Um den Pixel-Junkrat zu kriegen. Den Narf hat's gesehen. Ich hab's gesehen, es war geil. Ich hab's genoss. Musst du einer mit dem C4 auf die Bärefall schmeißen? Okay. Du hast mich ja die Bärefall light unten, dann hupst die Soldier, macht sie Ultimitar, hupst runter, ich schweiß und ist C4 ins Gesicht, in der Luft, bam, und dann flieht er auf die Fall. Alter! Und es war total random, einfach. Ich dachte, das kannst du auch nicht beabsichtigen, oder? Nöööö. Nööö, doch. Denk schon. Kannst du noch hoch schießen, und dann gucken, wo er landet, und das Ding hier schmeißen. Hm. Jo. Aber das ist genauso random, äh, wie der Headshot im Fluch mit der, mit der Widowmaker, wo ich auch nur geriet hab, weil die Pharah mich hochgenockt hat, ich hab' bereits Headshot gehabt. Okay. Äh. Ich hab' mir leid egal, was du nimmst, du kannst ihn nicht retten. Haha. Ich versuch's aber. Haha. Alles andere ist ausgekauft worden. Ja, irgendwie auch. Obwohl, der McCree ist auch noch da. One Junkie Change, fix doch! FIXED! Die Saiya hat mit dem Skin einfach rosa lachiert und fing anlächelt. Drei. Zwei. 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 Prozent wird sein Kürzländer wirklich gut und so nach dem Weg damit ist und Ja. Der ist dann nicht. Wo ist denn unser Halter? Rüberkommt immer. Geht aus. Tot. Mach sie kaputt bitte, Benno. Danke. Haken voll drauf. Die Tracers, genau. Ich hab Ult. Ich komme gleich raus wahrscheinlich. Wo ist denn Luis? Geistskundetlöser. Was? Luis schlitt durch. Wenn ich wieder labe, wenn wir all wieder labe, mach ich nur schwarze Locker. Gehe ichs vielleicht noch mal in dem Schnell. Reaper! Okay, ich warte für euch. Hallo, der Lucian Reaper. Wir haben uns gerade gelatzt. Mit dem, der lässt sich von der Tracer ja. Ich machs gleich ja. Machs ja. Ja. Der will mach ichs auch. Feuer frei! Durchschreiten. Oh, da mach ichs auch. Zu spät. Oh, der hat sie abgeschossen. Jo, meinst du da abgeschossen. Der hat Segnata halt Ult gemacht, dann war's das. Das gibt's doch da. Ja, aber das lädt trotzdem alle andere außerhalb. Ja. Mach du kein Schade. Ungelogen schlapst alle. Ja und der Segnata lädt das nicht, aber alle an. Ne. Doch. Glaubens, das ist so. Doch, 100%. Ne. Der Segnata ist unbesiegbar, aber er heilt alle andere. Na ja, nur Sackschul. Aber wenn sie gemein hat mit einem und Schade. Sie hatten 2 Kindern jetzt sterbe durch das Ding instant. Ach ne, es macht 400 Schade. Also wenn sie sterbe bitte mit so einer Papieresser so, wenn sie voll im Gewerken, dann müssen sie sterben. Ne. Oh ne. Oh ne. Das. Das. Oh ne. Oh, das Reckensal. Löt sie weg, die Eisschlampe. Ja, warte. Nee, er hat mich gehuckt durch das Ding einfach. Ich hab wieder Ult. Wenn wir jetzt brauchen, nämlich mal. Ja, ich warte bis in halb wieder los sind. Jawohl, er hat's gemacht! Er hat's gemacht! Sau gut! Jo, ich mach's grad gleich. Ich kann's grad. Ich mach's. Ich mach's grad. Ist er da drinnen, du mein? Ja. Aua! Aua! Er hat sein Ult einfach vorher gemacht. Sau gut. Aber es war einfach leider keiner in der Multi drin. Ich hab's einfach gelatzt. Doch! Ich hab's zwei gelatzt. Achso, okay. Doch, doch. In meinem Ulti. Ich hab vier drinnen gehabt. Okay. Beinmal hat sie gelatzt. Ich hab nämlich einfach in einem Team explodieren gelassen. Es ist aber nichts passiert. Nice. So. Hab ich die ganze Zeit 3 Team gehabt. Jetzt hab ich nichts. Ja. Jupp. 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 Elf ist Gold. Jupp. Mach's auch. Elf Eliminations und neue Objektivkill. Das ist zweifes Gold. Nice. Ach, das Sofa liegt einfach. Der ist ja geil, ja. Abnehmen sie den Zielpunkt ein. Der durch die Wand. Ha. McCree kommt über rechts. Die hooken. Die hooken, oder? Ich glaube, ich fahre halt. Guck, man. Der Map. Ah, wobei. Naja, ich hab jetzt schon genug Ulti gefahren. McCree hackt. Warten da vorne. Nicht alle. Jetzt sind alle. Alter, einfach mal Ulti. Alter, was war? Oh ne. Der hackt. So f*** dich doch. Alter, der hackt. 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 Warte, dann nicht das Sterbe, sondern der Rest. Oh, Alter. Backen ab. Ja. Der huft wieder, der huft wieder. Der will wieder, Hucke. Der ist durch. Ja, schlafen wir nachher und machen den Tod. Bregt! Uh, Justiz, rein von aufer. Ich hab Ult. Was er hat. Jetzt in die Luft zu gasen. Jetzt wird gegast, ja. Jetzt schell Gase, bitte. Komm, geflankt. Das ist nett. Ja, komm. Nur einer drin, scheiß drauf. Gasen, weg. Wo war der falsche Weg? Jups. Er kill ist auch kill. Jawohl, Benno. Jawohl. Wobei, dritte Spawn gekämpft. Die hat's nicht mehr anliegen. Oh, die Eris. Die Eris. Gibt mir schon die Eris-Werkase. Raptora-Systeme hochgefahren. Jawohl. Jawohl. Ich hab noch mal meine Kills geklaut. Pick. Ja, das kann sein. Nein. Sorry. Pick. Ich hab ein bisschen den Nacken verloren. Dr. Buck. Dr. Buck. Dr. Buck. Dr. Buck. Dr. Buck. Oh, das Rad. Das war immer. Oh, nice. Boah, der Zweifel, ey. Und Zweifel. Und Zweifel, und Zweifel, und Zweifel. Und Zweifel, und Zweifel, und Zweifel. Alter. Okay. Kann man's auch machen. Das war dann vielleicht nicht nur's Rad. 89%. Dr. Buck. Benno. Benno. Wow. Wow. Ewisch. Benno. 20. 20. Lönbox. Bisschen nie aufmachen. Boah, schon wieder gebrallt. Ich beschütze die Unten. Defend. Jawohl. Boah. Ragnar. Blackbeard. WG. Fuck. Chuck. Schau. 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 Attack. Schau. Oh nee… Wenn ich Attack bin muss ich die andere Hälfte immer. Das Geld… mir nur ausgeraut. Okay. Ich kann nur wählen zwischen Reaper und Torpjörn. Mir geht nicht. Ist bei dir auch so? Hmm, naja irgendwie, mir ist das gerade nicht verpackt. Okay. Ja, dann weiss ich jetzt auch nicht. Ich beschütze die Unschuldigen. Oh, Russischlamm. Mein Gott. Ist kein Junkrat, was ist da los? Ja, ich hab gelernt, dass Junkrat der Map... Naja. Naja. Mensch, weil die so groß und weitläufig ist. Weil da eine Widow kommt und ich wegsnipe. Nichts geht, da wird... Da wird die Shootout gespielt, jawohl. Was ist das? Le Ganget? W'llach das jetzt nicht so. Äh, scuss, 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 scuss. Ich spiel nur, Ganget. Drei, zwei, eins, Angriff beginnt. Exportieren Sie die Pakt, Siebenzüge. Hier ist doch ein Reaper. Ja, ich hasse. Oh, du, ich habe einen Turrets. Kaffisch. Ja. Hier, Le Ganger. Nice, nice, okay. Nice gehackt. Oh, wo drüber überreicht sind die Torpian und die Reaper? Oh ja. Oh, da war Torpian und der Reaper ist immer noch so anscheinend. Die Wrath hat den Jackman erreicht. Probier ich das mal überschlagen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch rockert. Sollte ja die Selbstspielhilfe gehen lassen. Das ist noch ein Sniper schlammend. Ja, aber sie sind einfach schlammend. Immer schön Objektivzeit, ja, weil... Oh, da hinten ist Farah hinter uns. Oh ja, ich bin da, der Ort. Ja, ja, kommen schon die Payloads. Die Farah ist auch hinter uns auf dem Steg und wir fliegen rum. Die macht gleich ihr Rocket Farah schon, wenn sie keiner holt. Oh, der hat A gemacht, der hat A gemacht, danke. Jetzt wird's massiv. Das ist teure. Oh scheiße. Auf, 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 auf. Ja, ja, ja. Das ist immer noch nicht weg. Oh, Äffle. Ich glaube, der ist noch nicht weg. Ja. Ich glaube, der ist noch nicht weg. Ich glaube, der ist noch nicht weg. Ja. Ja. Die Fracht nähert sich ihrem Ziel. Ich war dabei, ist schon, oder? Ja, okay. Fahr mal einfach durch. Auwe, auwe, auwe. Hä? Das Torrid muss sterben, Auwe. Kapis. Ja, nice. Feindgeschütz-Sniper-Lise. Oh, oh, komm näher zu mir. Scheiße. Kraft gesichert. Abmalch. Ja, okay. ETF. Alter. Du bist scheiße. Die Farah ist hinter uns irgendwie seit dem zweiten Punkt schon. Nee, der Erf ist auf mich gekommen. Hat mich locker gelassen. An die Wand geklatscht. Die ganze Zeit, eine halbe Stunde lang. Was geht's? Jetzt wird's gepusht. Jetzt wird's gepusht. Ich dachte, da oben ist der Sniper. Jo. 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 Also Farah. Benno, komm her. Ist das verrückt? Alle alle bei, hassen sie mich aber. Ja. Oh, okay. Hallo. Wer soll runterkommen? Ich hab so. Boah, hinne, hinne, hinne. Rechts, rechts, drinnen. Rechts, drinnen. Rechts, drinnen. Laufen. Weg, gehen dann weg, gehen dann weg, gehen dann weg. Boah. Geschützt im Einsatzbereich. Alter, ich stehe mir in den Raum. Hier noch eigentlich ist was. Hier noch eigentlich ist was. Hä? Ah, nein. Hat nur so aus, sorry. Das waren nur die, äh, die rote Dinger von der Rakete, die kaputt gegangen sind. Oh. Wir haben zwei Torte und es ist noch eine Ende. Warten, bis zum Multicore um ist, dann pushen, weil der ist so. Ja. Ja. Machen sie ab und dann schmeiß ich's an und dann pushen wir mal. Ab geht's. Alle in die Payload. Pushen, pushen, machen, sorry, kaputt. Oh, und der Sniper, steht auch rechts drinnen. Chaos, Füße, dritten. Vorsicht. Ja, ihr seid genug los, ne? Warte da halt. Ja, ja, ja. Oh! Der Reinhardt ist durchgecharged. Und hinter uns ist der Widow. Und Reinhardt ist hinter uns. Truff, 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 truff. Oh, komm, ey. Hans. BANNER! Wow, BANNER! Wow, BANNER! Wow, BANNER! Wow, BANNER! Wow, cool gedreht. BANNER! 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 Das ist nicht schön. Wow! Ähm... Wow, Dr. Borg! Wow! Irgendwie... ...verdelt... Erdlich! Harte Arbeit ist um sich selbst Belohnung genug! Ich fände... Bäh! Ah, ich hab Käpte machen. Ich hab ja nur zwei Junker jetzt. Oh man, na sorry! Zweite Hauptjunker jetzt mit einer Junker! Verziehen Sie Verteidigungsstellung! Gut, da... Ja... Mein Gott! Nehm ich's da halt! Ja... Wenn ich den Hacker nimm, haben wir verloren. Ich nehm den Hacker. Na gut, dann... Oh, dann nimm den Hacker! Ne! Dann doch nicht! Ja, okay! Dann... Pfff! Würde was Fettes nimm mal? Ah, okay! Ah, leider, damit's ja richtig unfair ist! Du, aber das Kacke mit dir ist nicht schon klar! Ich hab vorhin... Alexander, das ist egal! Das sind Srey, Torpion... Äh... 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 Dann da in die Eck! Dann da... Dann da... ...Maturity! Jetzt hab ich das letzte Mal angefasst, dass ich rauskomme. Dann stelle ich mich da in die... In die Flucht nimm! In die Flucht nimm! Was? Wo? Stellst du? Ah, direkt an die Dir! Da! Du! 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 Ich lenk's ab! Ich lenk's ab! Ja, okay! Das nervt richtig! Das funktioniert! Dann sind wir beide tot! Okay! Ich lenk's ab! Wenn sie Pharah haben, sind wir tot! Zack, gar nicht! Oder... Ich schwang schon mal außerhalb! Ja, sie auch! Ne, ne, ne! Sie haben sogar noch einen Kieber! Kieber tot! Nice! Nice, tot! Ich hab' einfach die Kuchen... Halder! ...und zwei Sekunden mal weggeletzt! Was sind's denn? Was sind's denn? Was sind's denn? Durch sie! Durch sie! Ja, durch sie! Woah! Das passiert mir nicht nochmal! Genjihanser! Okay, die werden von hinten gekommen, schätze ich mal! Ja, durch sie noch! Die kommen von der Seite, ja! Geh' ich mal weg! Neee! Oh! Kann's nicht sein! Ich fäll' sich ja einfach vor mich! Ich fäll' sich ja einfach vor mich! Was ist passiert? Ich hab' mich gelatzt! Die Diva hat sich vor mich gestellt! Gnade out! Was ist mein Mission denn jetzt? Wenn's nix geht über als Soldi! Ja, ich hab' mal Highlighter dabei! Mein Team braucht mich! Oh! Der Lapkin noch nicht! Jupp! Aua! Die Diva hat den Chatbot erreicht! Haben wir's ja Mare! Nee! Ich hab's ja Mare! Oh! Oh, nervt das. Okay. War ja im Loch. Nee! Warum kommt das Rad da unten? Ich bin extra da hinten gegangen, weil ich gedacht hab das Rad kommt von oben. Ich bin extra da hinten gegangen, damit ich das Rad kille kann. Weil ich gedacht hab, es kommt von unten. Wir sind beide gestoppt, deswegen. Das ist ein Mann von vorne. Eragnar und irgendwas von der Elbe. Piste. Okay. Hilfe, Xander, verfremd, verfremd. So. Na? Mein Team braucht mich. Biber. Ich bin Sau. Danke. War gut, haben wir's. Wenn sie unten kommen, hau ich meine Kuh unter drin. Kleber, mach doch. Ah, äh, amortig halt. Over Trevor, over Trevor, xander. Ja, na, na. Oh, 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 oh. Justiz von oben. Ich bin dort, mich hauen sie und uns alle auch. Ja, alle dort, ja. Wer nicht, komm, ich haue dich. Oh, hell, da sterben nicht. Wir sind immer noch, Alter, aber... ...Payload ist doch scheißegal. Mach das Ding hier, mich im Turm. Jetzt machen wir die Payload und ich glaube, machen wir ein bisschen Q-Trigger und so. Oh, hallo! Aua! Ich habe ein Affenmarsch, Hilfe! Das macht nichts. Aua, Hilfe, Hilfe! Ja, 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 ich lebe in der Affe drauf. Ich habe mich ganz sehr gehasst. Jupp. Naja, du bist ein Schwede und es ist allbekannt, dass Affe Schwede nicht leiden können. Ja, okay. Also ist dieser Rassist, quasi sogar noch. Jupp. Ja. Jo, Genji, haben. Top-Quit. Also, mein Spiel läuft ziemlich beschissen. Ich schätz nur, einer von den Torbjons geht, knall auf der Schnee, ja. Uff, ist die Mücke, schau. Vielen Dank. Weil irgendwer carried mich doch grad hardcore durch. Und das soll dir. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Aber da die Top-Quitons von Anfang an Arschendor sind, hätten es auch die Sinn. Oh, was ist das? Kann ich noch mehr haben? Oh, ja, kann ich. Wow. Das ist eure gerechte Strafe! Wobei ich ja sehr oft Ascati oben rechts sehe, muss ich sagen. Ja, das Knall werde ich nicht kriegen. Das ist eure gerechte Strafe! Genji Lap wieder. Oh! Oh, da hat's ja Ulti gemacht. Ja. Jawohl, heilig. Die Diva ist hier noch anspringen. Ja. Ja. Ich sehe mir lustig, dass man das Mossad, also die Gladi war. Koreaner Schlampp. Oh, was steht's? In Fight of Turrets. Immer schön bauen. Es schwämmer. Immer hämmern, 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 hämmern. KZ. Bob werden sich so entfernt manchmal. Wie warst du da dran? Von dem... Du hattest hart nerfed this. Okay. Und er hat einfach nur gekillt. Ich bin nerfed this. Oh! Oh, ho, ho, ho! Was ist los? Das ist nicht gelockt. Ja, ja, ja. Das hab ich gesehen. Oh, Banner. 60 kills, Banner. Ich hab dich gekillt. Oh! Erste Moro, ich ender von meiner eigenen Lightkill. Ach, schade. Oh, nur gecharged. Schade! Blankhardt, incoming! Feuer im Loch! Feuer im Loch! Fenix. Er hat mich, aber... War's auch. GG. Baaam! Wissen wir was... Wissen wir was Gold in objective time is? Wir werden mit segne! Danke! Ha?! Waaaah! Ha? Das, wie ich dich gekillt hab! Was war denn das? Der ist Doverlust! Jo, komm vorbei! Ich hab hier... Oh! Ich hab hier... Ich hab dir... Ich hab die Gleit muss ich auch noch gelatzt, halt! Aber... Komm, also bitte! Warten! Warte, hm! Der Letztwee aller Ecke, der Letztwee sch... Oh, Garnوم! Ja, gut. Vielleicht hab ich viel Schade gemacht... Hast du viel Goldmedauf? So wird das gemacht. Bei meiner Theorie ist immer, wenn du viel Goldmedaille hast, kriegst du das A-E. Nein, ich hab nur Eier Goldmedaille. Nein, das ist im Sahneser Theorie. Im Sahneser Theorie ist, dass er abwaltig gut ist. Deniz. Deniz? Deniz. Deniz. Da ist der Sahne. Der wohl nicht mehr will, um sich daran zu verbrennen. Der wohl sich passt, hat er gemacht? Den Ransen? Verdammt. Hat er doch verzählt. Als er... ...im... ...Bimbad war. Naja, ich werde das nicht von was du drehst. Ich weiß nicht von meinem Ritter. Der hat doch verzählt. Der hat sich oben eine Sonne gelähtes in den Klo. Die Sonne. Ach so, aber lecky, ja. Das ist, weil er nicht schneller will. Ja, er hat gelohnt. Die Sonne war nicht da. Der hat sich einfach nur so daran, dass er brennt. Ja. Was ist denn eigentlich mit diesem... ...Derewani? Der hat, äh, in der letzten zwei Woche, 364 Stunden... ...Dewidger geschnitten. Ich hab's gesehen, er ist alles drin. ...Dewidger drin. Jupp! Wie denn nicht? Ei, er hat's... ...geschehen, ist das erste Addon fertig und hat jetzt mit dem zweiten Addon angefangen. ...User erinnert deinen Kanal. Boin, moin! Guten Tag! Ja, hallo! Kommen Sie schnell drin? Sind Sie spät? Sind Sie drin? Und was ist mit diesem Zucker, Joe? Der will auch nämlich schneller, das gibt's doch gar nicht. Das weiß ich wiederum nicht. Ganz jo arbeitslos, aber nicht schneller wollen. Auf der Zeit, 46 Stunden. 46 Stunden? Ja. Macht gar Sinn. Bei Attack kann ich leider nur deine Reaper auswählen. Moment, Moment. Falscher Charakter, ihr Leute. Was ist das denn? Das macht alles gar Sinn. Beschütze die Unschuldigen! Oh ja! Genau! Wow! Ich hab's so komisch zu machen und dann halt die Bastion, mein Gott. Krass! Bastion! Der sieht lustig aus, wenn ich's so mache. Ja, schon, ja. Ja, das sieht lustig aus. Ja, schon, guck mal her, wie das aussieht. Bereich für den Kampfeinsatz. Oh, du hast dich leider zu langsam hingestellt, das kannst du nicht so machen. Nein, ja, ich rute auf dem Tisch rum, wenn du mir was. Also... Die sei, äh... Was denn Sie bei Homehand verloren? Oh! Ja, ich mach was schon kaputt. Von der Reaver von der Seite. Mein Team braucht mich! Das Rücken ist ein feindliches Geschütz! Build get down, jetzt! The turret is down! Oh! Ein Albert hat zu mir stand! Scheiße, 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 scheiße! Oh, da ist ein Reaper! Im Haus drin! Ah ja! Reaper is fair! Ja, Reaper is fair! Ja, Reaper is fair! Und die Zwestern, aber? Ja! Ja! Hm, nein, haben sie nicht! Doch, doch, doch! Ich hab mir ja gesagt! Ja, ich hab mir ja gesagt! Ja, ich hab mir ja gesagt! Oh, Banner, das ist nicht zu schlafen, das ist nicht zu schlafen! Schkuck! Terra! Ich bin Reaper, ich kann das nicht da machen! Geht ihr geschehen? Ja, ich weiß! Ich bin schon wahr! Aber die... we don't make the shit on that one! Man will see it! Im alten Core! Daiger Boots! Das ist down! Heiload! Tank! Wo ist die Sniper, ey? Oh, die, die, die! Oh, die, die! Wo ist die Sniper? Also... Also, der... Der... Der stimmt was nicht! Wieso? Der heißt Zack-Boom! Der heißt Zack-Boom! Der heißt Zack-Boom! Okay, Kerem! Kerem! Ich würd' sagen, das ist dein, äh, lange verloren gegangener Zwillingsbruder! Der Zack-Boom! Ja! Kann das nicht Sinn! Kerem! Die Sniper-Durro Oh! Hö! Wo nett! Gehen wir einfach n'hauß! So! Oder mein Ricken selber! Sie sind der duo! Zurück auf Patrouille! Zu meiner Zeit hätten wir die Fracht längst abgeliefert! freundliches geschütz vernichtet ich hab den zack rum ich hab den zack rumgekillt gar netz haha f*** dich doch die hat der helden sterben nicht gemacht rechts ist wieder der ja ich sie es innen ist der der reaper ja aber um die kreis kommen die kreis kommen die kreis ich hab noch mk jetzt hat der fertig macht der mich um einer geheiler wenn es so weitergeht habe ich hier geholfen sollte nä er hat man es geklaut nur noch heilung er hat sich tot das stimmt nicht das stimmt nicht das stimmt nicht das stimmt nicht das ist lieber Tira! Tapsa! Tira! Tapsa! Jeeey! Jawoll! Traglo umgekilled! Oh neee! 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 Rechts ist der Reaper drin, mit dem Mercy gestimmt! Okay! Den Heiss hier! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Baut ja nur... Was denn? Spitz für Endbeschütze! Naja, ich mach's immer kaputt vorher, bevor er was anderes machen kann! Fütz muss nämlich down gehen! Raptora Systeme hochgefahren! Ich habe die Wacht! Die Wacht hat den Chatfreund erreicht! Ach, komm! An der Payload gibt's Heals! Mach'se Helden sterben nicht! Es kann nicht nur sein! Was? Das ist eure gerechte Schmerzen! Hä? Die hab ich nicht gesehen! Ach jo! Im letzten Moment geht mein Schild kaputt und... Kinder, irgendwann ist die Para! Hilfe! Hilfe! Oh ne! Oh ne! Oh! Wo ist Uno? Ja ich hab's! Oh oh oh! Oh! Da ist es nicht gut wie ins Geh! Ja! Okay! Da hab ich ja Wache drauf, ich bin einfach in die Raketen hingelaufen, ich glaub ich da... Wo ist unser Auto? Es steht hier drin, in der payload halt, also... Da wo es halt steht Da links ist ein Schwein drin Nö Doch, wir haben uns ganz kurz sparen Oh Oh, ohne Healer wird's da glaub ich richtig schwer Oh, da hat's äh, der... Care-Base auch gemacht Ich switch Aber jetzt muss irgendwer das Hurt kaputt machen Oh ja Ja, der ist kaputt Und der Heal geht bei mir Ja, ich weiß, ich bin geswitcht Oh, da ist wieder eins Wagner-Hanser Feindler kommt von rechts Feindler kommt von rechts Feindler kommt von rechts Feindler kommt von rechts Von hinten, von hinten der Soldier Ach, Nina Bastion Ja, eine Bastion Ja, eine Bastion Feindler ist Grinchwass Na, ich switche wieder auf Soldier Meile bringt nichts Na, ich switche wieder auf Soldier Meile bringt nichts Na, ich switche wieder auf Soldier Meile bringt nichts Meile bringt nichts Mein Q ist seit dem Abend ich bin schon mehr bereit Ich mach das gleich einfach so Ich mach das gleich einfach so Ich mach das gleich einfach so Ich bin gespawnt und es war bereit Oh, wie weit schießt dann das Turret? Gibt's doch nicht Das soweit wie ich Rappora-Systeme hochgefahren Rappora-Systeme hochgefahren Rappora-Systeme hochgefahren Rappora-Systeme hochgefahren Rappora-Systeme hochgefahren Komm mal an die Payload Dann klappt's besser, glaub ich Böchtchen hab ich wieder mal die mitgeschafft So Hop, ab geht's Los geht's, Leute Ab mit der Frage Hier stirbt keiner weg Böchtchen steht wieder auf Ja, ja Ach, das geht's Na, Panzer Jawoll Nice Ich hab nur im Gerechtslieb Ajo I have it gesehen Der hackt so Der soldiert, auf er hackt Carebase Auf die Carebase Das ist eure gerechte Strafe NEEE Die Stöhne hat Bäh, Besschen steht rechts. Ich hab dich im Wies. Das ist eure Gerechtigkeit! Jo, ich fahrs drauf. Kein Problem, danke. Jo, machen wir's einfach so, ne? Nice video, oder? Wie war das mit Gäste da oben? Tempel von Anubis in 58 Sekunden? Ich hab das Video gesehen. War lustig. Wie hast du ein Video gemacht? Selbstverständlich. Der nimmt alles auf. Der nimmt da grad das auf. Ich? Ja. Hier bin ich zuhause. Wow! Oh, im TS ist der Link, kann ich das grad nochmal angucken. Hier, dann kriegst du doch gleich mal ein Abo-nomo. Jo, das müsste dann ungefähr das fünfte sein. Ich bin ja ein weltbekannter YouTuber. Oh, ich bin auch stolzer Abo-halter. für deinen Misserfolg verantwortlich. Ja. Ja. Okay. Nee, ich wollte das nur nochmal zurückgeben, weil das schon ziemlich schwitzig war. Oh, die Fans. Da kannst du leider nur... Nachzulesen auf it-pirate.com Sehr gut, ja. Danke für die Werbung. Ja. Aber im Chat will ich jetzt nicht mal ein bisschen... Nee. Warum nicht? Ja. Der ist auch schon bekannt genug. Vertraue im Außenstehende. Ja. Ich glaube, du hast es dringend nötig. Okay, ja dann ja. Wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und leite, ob sie it-pirate.com kennen, werden die meisten, um mir zu sagen, alle, die sie halt nicht kennen. Okay, also... Hallo. Ja. Guten Tag. Ja. Ja. So, mal. Und sonst. Genau. Oh, mit rechtsstückel machli. Ich habe bereits Fragen zu müssen sie mit Leertastfliegen. Ganz gut Sinn. Oh, ich blieb mal mit Leertast! Ja. Ich bin mal mit Rätst! Ja, ich bin mal mit Rätst! Ich bin mal mit rechtsstückel. Ja. Rechtslicht macht keinen Sinn. Ich habe am Anfang nicht gewusst, dass es in die Ertächt geht und ihm dann alles rauskommt und dann war es zu spät. Nein, stimmt. Ich hoffe, wenn du immer mit Rechtslicht fliehst, dann... Oh, mich schmissen Sie an. Oh, da steht der Sniper-Schlumpf. Ja, da steht der Sniper-Schlumpf, ja. Ja, ja. Ich werde dann prinzipiell geholfen. Ich bin irgendwie weit vorne. Dr. Borg, Dr. Borg, helf mal! Du! Von hinten, von hinten, von hinten! McGree von hinten! Binston von vorne. Binston down! Ja. Alle auf und down. Ja, gut. Zack, bumm, halt uns. Jetzt knallt, ob es schnell gemacht ist und sagt, bumm. Moppt, der Sniper war hier doch nicht. Okay. Ohhhh! Immer, der Reaper! Immer, der Rapsnipp! Da rennt man wie ein Ochs nur. Sie sind die Killcam. Also, wenn Suri kommst, kann ich dich heilen. Oh, okay. Alter? So weit vorne? Was ist los mit dir? Ah! Hä? 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 Oh, meine Seite kommt was. Ah, meine Bank direkt von der Seite. Oh, die Schneidmann, ey! Die Ecke drauf! Mich anso! Oh, hier! Ich sehe die doch irgendwo! Ach, du Ohren, mich anso! Ja! Sie ist hinter! Kommt die hinter uns? Macht das Sinn? Ja, da ist sie. Die Farah ist das. Ah! Ja! Ob der Kern geschmolz ist? Ich hab's gar nicht in jeder Schaden gemacht. Okay, Miva steht auf Betrugend Durchgang. Ich hätte schon erwartet, dass der Ulti fertig ist. Ja, jetzt war der nicht. Oh! Oh, mein Grie! Seid scheiße! Jo, hab grad gerest. Iiiiih, wär ich nie belebt. Ich kann gar kein Ult farmen, so. Ich muss nur Schade machen, glaub ich. Merde, wacke! Das passiert mir nicht nochmal! Ja, ich mach dich mal schade, dann krieg ich Ult. Das macht Sinn. Äh, durch geht's, die Reaper. Ah, kaum mehr, ja! Das denn hält so! Der hält so viel aus! Mach ich nicht Spaß! Ina! Ich starte durch! Scharfschütze gesichtet! Ja, uns! Scharfschütze, oder? Japp! Japp! Nee! 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 Reaper ist oben hinten! Ja! Er kommt jetzt gleich runter in die Payload und drückt Kuhn nämlich mal. Wieder im Einsatz! Ja, wie passiert das? Ohhhh! Helden sterben! Ohhhh! Passt es! Ich tu jetzt hier links bleiben damit, dass ich sehen, wo ich bin. Ohhhh! 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 Okay! Hm! Hm! Da sind sie! Hier war's hoch noch, oder? Da ist die Farah Ja, konnte mecklen die hoch Hier, was kommt wieder von hinten? Wenn du hochkommst, irgendwo fliehst, dann... Ah, jetzt bin ich schon von mir weggeflogen Ja Ich mach mal noch... Ach, das ist neu, ja Ach, das ist neu, ja Ach, das ist neu, ja Huch Huch Oh, das Sniper ist tot Und der McCree labt hin am... ...hin am Zorpion, labt dem McCree ...hin am Ragnar Zorpion Ja, der kam zu dir, sagt Barney Ich schmeiß mir zu viel ins Gesicht Oh, 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 oh Oh, 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 was? Oh, die Blitzer Ihr Omane, ich stehe doch Halos, wie Halos war es? Oh, oh ner Oh, hey nun! Wow! Hi, hey, noy! Okay Aber ich muss sagen, der Spot dort finde ich super. Wo ist ich? Ja, wo ist keiner gekommen zu, oder irgendwie? Bello! Dass ich nicht weiß, was es war. Dass ich keine gute Annahme mache, was jetzt gleich passiert. Aber gut. Wow! Wow! Alter Bello! Ja, es war's. Wow! Das war schon. Wow. Äh. Ja. Aha. Ja, perfekt. Das war schon ein geiles Knall auf der Schneer, ja. 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 Ja, hallo. Was ist das? Junkwit ist der dümmste Held aller Zeiten. Reaper ist der unfürchte Held aller Zeiten. Ja. 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 Anspielen sie. Quick Matcher. A-Tack. Junker, Junker. Ich glaub ich nehm... Ich hab mir gern wieder was. Ja. Nehme ich doch grad. Moment. Moment. Ja. Nein, Moment. Sorry, sorry. Jetzt hab ich sie richtig. Ja. Wir haben verloren. Warum kommt so heute kein Fußball? Das macht mich irgendwie traurig. Was? Okay, fünf zum Beispiel, ja. Ach, der Sinn. Nur dafür kommt Formel End. Oh, das ist gut so, wenn ich... ...und zwar auf dem ganz Neue... ...Kurs. Bereit für den Kampfeinsatz. Na, was sieht denn das aus, wenn ich jetzt drauf guck, ist das... Ist das Spanien irgendwo? Baku. Oh ja, heute spielt ja gar keiner Fußball, ja ja. Ist doch da traurig. Baku. Das sieht irgendwie cool aus, wenn ich mal drauf guck. So mit dem Mazda Ruine. Was ist wahrscheinlich die echte Heißersenbatter, ne? Aber... Bernhard, mit Haltkehrfußball. Was sind Menschen dort mit dir? Ja, hat's mir der mit der KS hat Wettkehrfußball. Ähm, Legion. Ach so. Ähm, EM. Naja, ich hab kein Spiel verpasst, ja. Europa-Meisterschaft. Ich hab Haltkehr, ne, ich hab kein Spiel verpasst. Angriff, innen. Gar nicht, ab geht's. Gruppe Finale, in's Gale. Oh, Banschen, Banschen. Oh, ich war in den Geren. Äh... Jo, ich lebe. Oho, 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 oho. Ich steh nebenbei am Besten und hauen kaputt. Oh. Ich hätte uns wahrscheinlich selbst nicht ansam. Ich steh am Besten dran, der macht mir nix. Ah ja, der hat mich gehasst, weil ich schon langsam gelatzt hab. Oh, mit Nullkills hatten wir jetzt schon nix. Wieder im Einsatz. Jo, lauf mal einfach mal drauf. Okay, Mama. Wie nah ist es dir? Es ist schlumpf. Wie hältst du dir, rote Blomp? Okay. Da ist es schlumpf. Da kommen wir sie. Da kommen wir sie. Da kommen wir sie. Also nicht in Mira-Wernersbach. Oh, tut. Oh. Oh. Mach ich noch einen, oder was? Oh, du kannst mal hier noch mitnehmen. Oh. Oh, hallo. Warte, ich komm mal vor. Dann hast du dabei dient. Ich heil dich. Oh, du hast die Bastion. Die nimm ich mal mit. Das kostet nix. Ah, schade. Jetzt wollte ich da noch den Sniper setzen. Jetzt natürlich dumm gelaufen. Hey, shit. Dann nicht. Keine Medaille in Kills. Dann nicht schon. Also. Ne, also Medaille habe ich in Kills nicht, ne? Ne, im Leavenet. Insgesamt habe ich gar keine Medaille. Das ist total seltsam. Ich habe vier und ich habe nichts. Das ist, äh... Ganz anderes Gefühl. Die sind richtig scheiße anscheinend. Ja, fang. Ja, ich hab' im Auto. Wir brauchen schnell. Kann ja die Bremse. Oh. Super. Also mit 8. Das war Gold. Mit 8. Was hast du jetzt gemacht, dass der 8 kann? Ich bin nur weg, oder? Wo hast du, wenn du auch spielt? Da war. Ja. Okay. Also du bist ja ziemlich guter Videospieler. Ich hab' sie. Oh. Ich hab' sie. Ich hab' gerade rad. Ja, ich hab' sie. Haha. Oh, es hat die... Weiß wie gekillt. Nice. Da war nervt. Oh, wer ist da tot? Die sind leider zusammen. Kannst du noch zusammenziehen? Ja. Wär's sehr geil. Ich hab' raus. Ja, aber du is' keiner mehr. Oh, da hinten steht ja, das Neubelschlampe. Schräg's über. Ich stees mit ganzem... Was? Die war von hinten. Die war, ja. Mein Team braucht mich. Da flieht... Wo ist der Schlampe? Sie flieht! Sie flieht! Ja, ich mach' nichts. Sie steh' ich nicht. Ich schmeiß' die Bienen auf sie. Danke. Oh! Was mach' ich denn du? Warum stehen wir so nur zusammen? Soll ich schade? Ja. Damit ich besser heilen kann. Achso. Ähm... Doch muss, dass du kein Sniper haben. Oh! Ja, sie ist dort. Kennt. Ne, irgendwann noch zusammenziehen. Und den ist wohl nach... Ähm... Ja, auch wenn sie kommen, ziehst du da. Nimm einfach bloß dem her. Ja, okay. Komm kurz raus. Nein, nein. Ja, okay. Kann man das? Das darf man haben. Das darf man haben. Oh, das Rache jetzt. Ja, oben. Achievement unlocked. Hast du das angemacht, ja? Hast du das angemacht? Kannst du das? Ja, mach' nur die Falle. Ja, World Traveller. Keine Ahnung. Ah, das ist nur lang genug. Hier, glaub' ich. Auf jeder Map, glaub' ich, nur gewonnen. Ah, ja. Ah, echt? Was seht ihr jetzt? Ohhhh. Wow. Jetzt wird er da gierig. Achtung. Ich kann nicht wählen. Was ist los? Oh, das ist ein App für drei Daph. Ja, das ist ein App für drei Daph. Ja, das ist ein App für drei Daph. Ja, wow. Ja, knapp. Drei Eferahs auf der Map. Das scheint anscheinend ganz gut zu sind. Was? Was? Hat die gerade was gesagt? Ja. Warum macht die das? Das ist unser Fluchplatz und da hat sie gesagt, alle explodierenden Flieger kommen jetzt gleich runter. Ja, danke. Defend. Komische Map. Gebt mir wieder was neben mir, wo ich treffen muss. Okay, da ist ein Gang, wo man runtergedunke kann. Ah, okay. Ah, okay. Runtergedunke kann man da, ja. Defend kann ich stoppen, spiele. Wunderwollah. Hm. Hm. Nee. Sicher? Deine Arsch noch nicht so aufgeschmarrt, oder? Ich beschütze die Unschuldige. Ja. Hm, cute. Alle Systeme okay. Bereit für den Kampf. Hm? Okay. Ja. Ja. Gibt stark, oder? Äh, das ist noch jemand Torpionsarzt. Perfekt. Zeig Barney, komm mir. Ja. Geh mal einen Schritt weiter nach vorne. Wo bist denn du? Hä? Der Schritt weiter nach vorne. Wo? Geh mir da hin. Komm mir rein. Kann mir probieren das mal. Äh, da einer. Und ich geh da drauf. Da. Kannst du einfach hinuntergehen, wie du willst. Da? Nein, dann gehst du schon hinunter. Da oben drauf. Ja. In Busch versteckt. Okay. Das ist ein guter Spot, da kann ich glaube ich... Zwei. Eins. 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 Zwei. 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 Wie das Kugel ist saugeil! Das passiert sich nicht nochmal! Also... Er hat einen Schuss in der Ranzen und ich war einfach tot. Ranzen? Ja. Wenn sie fliehen da alle da rum... Ja! Das ist lustig! Mir macht Spaß! Oh! Hattet Irrsehn zum Larmieren? Jetzt nehmen wir so... Ah! Was ist... Was brauchen wir so? Solcher! Ich nehme Solcher! Das ist geil! Das sieht saugeil aus einfach nur! Ähm... Ja! Geh mal drauf! Durch die Einsichten! Bin drauf! Ja ok! Fast des Rains! Drauf drauf! Ja ich kann nicht! Das sind 6 Forma! Und Lenne! Ich glaube das ist wohl das 6e Team ist! Wende! Wischen der von Torfjörn runter switchen! Das ist eure gerechte Strafe! Also ich finde es der wird ziemlich gut wie wir da da eigentlich... Ja aber umkehrt halt auch! Und die werden halt... Die werden halt... Die werden halt geheilt! Die werden halt geheilt! Die werden halt einfach geheilt! Dauerhaft! Stab und Gebel! Schaackel und Gebel! Dauerhaft! Luke gebro! Dieistige A structure! Ich komme unter 나라iner拭ation! Wir malfamily Schicht einzigartig! Danke. Oh. Hm. Dann. Jo. Ich hab nur noch ein Auge. Soldier. Vielleicht. Rotog vielleicht? Wunderhocke? Sniper. Jo. Du warst in der Richtung halt. Hör die. Alter, die machen das so, dass der Mercy steht und fahrt das Auto. Jo. Kannst du schon mit deren Sniper da machen? Rechtsklicken und Sniper. Ehe sie mieden. Wo keiner hinlaufen wird, weil sie alle fliehen. Und auf Shift Hashesower Hoke. Wo er dich rum bewegt. Von hinne, Jungs. Von hinne. Jo. Ich bin da da. Und dann grad von hinne kommt. Ajo. Hauptsache ist der Heiler. Das ist eure gerechte Strafe. Komm raus, komm raus. Ich zieh dich nicht. Oh ne. Hast du mir hinterher gerannt? Ja. Echt? Ich hab dich geehnt. Ich hab dich geehnt. Kann jetzt sein. Nice. Das ist eure gerechte Strafe. Das ist eure gerechte Strafe. Das ist eure gerechte Strafe. Ich hab gehört, dass 3 Pharah 3 Mercy gut ist. 3 Pharah 3 Mercy gut ist. Menschen? Ja. Betrefft keiner mehr irgendwas? Ja. Dann kommts nicht nur aufs bessere Tino. Dann kommts aufs Kill auch, Menschen. Du willst dich aufs Winloser. Nein. Eigentlich nicht. Weil das Auto ist ein Vorteil für die. Ja. Ja. Haben wir ja. Oh. Hast du es gerade auch gereicht? Oh. Ja. Perfekt. Boah v etc. Komm! Bis bitte. Kühling. Oh nein. Nö, die schießen nur die ganze Zeit in den Gang. Ja, ja, die schießen in den Gang, nein. Aua! Oh, die sind alle drin! Alle! Alle sind da drin! Nein, ohne sind auch noch weiter. Ja, hier ist es 4. Justice Raider ist es irgendwo, ja. Sie ist in der Luft, dufst, aber der Heilstrahl ist stärker. Ja. Naja, das war's nicht. Bin ich nicht... Pfff... Schnapperin trinkt nichts, du hast das spät gemerkt. Man muss es heiler lassen, aber... Ajo? Nur mit dem Headdy, sonst geht's nicht. Ja, das ist auch was, was ich heftig finde, dass die Mercy so schnell heilt, mit manchen... Mit manchen Schaden hast du überhaupt keine Chance. Naja, alles was nicht die Mercy killt, ist... Verlorener Schade, also... Ja. Wow! Nö, ich fahr mal hin und dann schmeiß ich nicht gleich A. Die Anzahl deiner Kiebens war bis jetzt 0. Ah, jetzt. Jo. Ja, in dem, das war nicht so wirklich viel, aber ich hab halt die meiste. Oh, wow! Ehefasch! Das kann sich doch sehen lassen! Die wird jetzt ausgewählt, weil die Mercy am besten war. Die war am besten war Griez. Guten Tag! Tschüss! Mhm. Hä? Hm. Double Lucio? Oh. Auf einer Alpes. Ich hab gehabt mit Gendries, das war ganz gut. And up. Okay. Ich probier mal was aus. Okay, dann bei das mit dem schnellen Lave wahrscheinlich nix. Wieso? Weil wir, äh, äh, geschützte Bayern. Au! Also ihr wollt ihr schnell durchrennen, oder was? Ja, wir wollen das Mode testen, ob das funktioniert? Und Geisha und! Ich beschütze die Unschuldigen! Geisha und! Oh! Der braucht halt einfach Reinhard dazu. Aber... Einfach nur zwei Lucio, wer da nix bringen. Ja! Hast du gesagt, ob ich sie was der Reinhard gepfungen hat? Naja! Ich bin geloff! Ich war die erste, wo ich gestorben bin, weil die sind mit Trafen hinzukommen und sie hat's weggelötet. Naja, aber... Dein Job! Was soll ich jetzt machen? Einfach einen Hinlauf, oder was? Nee! Nee! So, da! Nene, nene, wie die Stiere! Okay! Ich probier's grad noch mal aus! Was passiert denn, wenn ich das reflektiere? Geht das? Kann ich gleich? Schade! Mann, ist nicht schade! Oh, die Schanze! Jo! Am Anfang vom Ster und Ella ist tot! Was machen wir denn jetzt? Machen wir warten, bis er zurückgeht. Ab geht's! So! Ich kann nicht mehr bremsen. Ich geh auf einen Punkt. Ich geh auf zwei Punkte. Haben wir einen Heiler? Hat nicht funktioniert. Ja, denn er war bei mir gerade nicht heute. Keine Gute. Okay. Hmm... Die ist ninnen und ist tot. Ach, das war nicht unser Heil. Das war unser Pharah. Okay. Kann man das Schild weglöte? Wie können Sie mich treffen? Wir müssen das. Das ist gut. Du bist schon irgendwo. Ja, ich sehe ihn. Ich hole den nächsten Lärm. Ich darf uns nicht so lange da aufhalten. Gleich wechseln, wenn es nicht funktioniert. Ich habe nur einen Hilfsfreig sein. Ja, dann. Cool, das ist schon wie gesagt. Alter, da sind es. Boah, da sind zwei Plankschutz. Die kriegen wieder in den. Richtig. Töten, 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 Töten. Jupp. Okay. Zurück auf Patrouille. Warum? Wollt er drauf? Ja, ne. Warum haben wir? Hä? Na, der Teleporter, ja. Weil, äh, Weihnachtschutz durch. Ja, ich wollte kommen vorhin, Latze durchs Weihnachtschutz. Jupp. Ich habe Ult. Ich lebe mir ein paar Leitlatze gehen. Aber wir sind doch im Maugriff, das verstehe ich jetzt nicht. Ah ja, vorhin war Trug, das ist weiter nicht besser, als sie kommen. Ohne mich, wir haben nur so weit gar nicht. Jupp, so weit. Jo, wir sind einfach immer noch vorne. Ja, die stehen zumindest mit drin. Okay. Ich bin ja nochmal unrufig, ne? Denk ich. Na, guck ich nicht. Ich habe nicht wirklich. Ich habe nicht richtig. Ich habe nicht richtig. Ich habe nicht richtig. Also, wir haben null Prozent. Sieht mal, wie weit kommt. Warum kommt da nicht drin? Da, keine Bock. Ich habe mal kein Tank. Och. Ich habe Ult. Ich will ne Wechsler. Ich will ne Wechsler. Rinn. 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 I don't give a fuck. Ich gehe jetzt nicht. Jetzt wechsle ich auf ein Tank. Passive Leiter mit deinem Team. Teleporter online. Ne, bin ob ich Teleporter mit deinem Leben. Rinn. 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 Nein, wir nicht. Uns war saugut, nur wir waren zu kacke, um Light-Sylotzen. Wir haben eine Bastion und Pirates und wir haben... Drei Verlassen. Ja, genau. Ich bin kein Heiler. Ich bin jetzt drauf, letztlich schon aus. Wer nicht mitkommt, selber schuld. Ob jetzt? 10 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Nur die Bastion ist fast down. Die Bastion hat aber viel Light gelatzt vorher. Mehr Light ist der Typ im Feuer. Da ist das Tor ab hier. Oh, lecker. Truff, truff, truff. Danke, vier Goldmedaille. Ne, drei, scheiße. Oh, es ist so frustrierend von Bastion gelatzt zu werden. Wow. 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 Das war da, wo ich zurückgegangen bin. Wow. Das ist fast so, als ob man denn nicht killen kennt, wenn man keinen Range hat. Weil er nicht nahe drauf ist. Ah, alter Leoparder. Ja, alter Leoparder. Ja, alter Leoparder. Ja, alter Leoparder. Die sind gerade rausgegangen, als wo ich sie war. Oh. … Trotz. Ward up is more. Beziehen Sie Verteidigungsstellung Oh wow Wir haben Nasenspray dabei Nasenspray Wie heißt die offizielle Bezeichnung? So steht Nasenspray, ja Kein Tank, kein Support Bleib ich gerade beim Genji Oh, Venno! Das müsste eigentlich so perfekt sein Was ist denn? Haben wir gewonnen oder was? Was ist denn das? Ne, ist alles in Ordnung Ok Ja, Venno, warum hast du dir jetzt stehen gelassen? Warum mein Pilot die Hälfte der Passagiere in Düsseldorf stehen lassen? Na, das war von Geschern schon Ja, aber... Oh, ach so Google News, äh... Hörst du mich aus? Ne, ne, News.Google Ach so Uhhh Uhhh Zeig Barney, was ist denn mit dir halt los? Ok Ne 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 Ich hab's angewidert, weil wir also passiv sind Ich würde Bernhard rauslocken Mit der Ammo wieder ein bisschen Ja Ehhh 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 4 3 2 1 Anleifer nähern sich Na kein Schiss 1 1 wir fahren hier, oder? das war ein Euchels nein, das haben wir verloren ich hab total fast aus ich bin in Lingang, hab die Mercy gekillt am Spawn und die Larve einfach durch, was ist da los? ja, ich hab nix getroffen perfekt mit der Kritik muss ich jetzt bleiben erlaubt ey, joa, Bastion bringt echt nix, wenn du wieder umgehstabschiff gehen musst jo, richtig hm vor allem wenn die schon so weit vorne sind wieder voll einsatz komm mal über rechts oh reißen wir unsere Gäste Tiergrund ja dann, äh jo ignorieren sie mich einfach, bin ich gut oh, da ist der Sniper wo ist er? das ist gut das ist gut das ist schön das ist gut das ist schön nerf, 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 nerf ja, ich ja, ich ja, ich ne, ich immer noch Zeit für geil ähm, ich gräze leicht vorne ich muss nur in der Geburt ok oh oh ja, sterb Der Jaxer hat sterbt. Ja, er wollte da. Ich hab jetzt alle leicht fahren. Ich hab noch 5 Level. Ich hol's. Ich hol's. Da ist nicht war. Ah, du hast es. Okay. Sniper. Die Heilung. Demnächst finden. Ja, da ist er. Was? Hm? Also die Touristen kaputt gemacht. Ja. Oh, richtig. Schaut mit den Augen des Drachen. Okay. Okay. Fetter. Schnell Ultifarmer. Schnell Ultifarmer. Noch mehr Fetter. Kann man richtig gut Ultifarmer. Schnell Ultifarmer. Ich bin voll einsatzbereit. Ja, voll einsatzbereit. Die Stunde hat geschönt. Ja, die Stunde. Schnell minute. Schnell minute. Ach, dann versuch ich mal. Mach schon mal Q ja. Ja, ich mach Ako, wenn ich rein komm Wo ist da noch was? Da! Das können wir uns dann gleich nochmal bei idpirate.com auch gucken Korrekt, ja. Müsste ich online haben Geben wir mal wieder Ulti-Farmen Diese Stimmung nämlich Was sind sie denn? Auf den Punkt Punkt, Punkt, okay War mir jetzt nicht ganz klar Wieder volleinsatzkraft Oh, Mann, es gibt's doch gar nicht Von rechts kommt's schweinig Kein Angst Systeme auf Maximo Was ist tot passiert? Oh, ich hab das Schwert ausgepackt, danke Danke Oh, haben wir noch Richtung irgendwo? Ich bin grad im Moment los Ja, aber es ist echt bei Schnapp Ach, ich schaff das Wischen Äh, ich komm gleich hoch Ich kann das alles fallen Oh, das ist ja auch hier Wir haben drei Tanks mittlerweile, vielleicht Wird sich mal da ja fliefer Wenn das so weitergeht Aber ich kann so schnell Ult-Farmen haben, dann Das macht Spaß Ja, vielleicht sollten wir dann nochmal so Aktionen Probieren Oh, 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 oh Oh, 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 oh Das ist doch aus Ja, Entschuldigung Ja Ach, in's Abwehr Oh, oh, ob Oh, oh, oh cision Dad euch ein bisschen heal Ich geh mal heal Geschoss Ich hab wieder Ult Ich glaub ich geh fl installation Oh, 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 oh Ah ja Da kommt der McCree, McCree und der Rotog von der anderen Nein, wirds in der Mitte? Ja, ich komm in der Mitte Ja, eigentlich ist das keiner mit, aber nein Aber irgendwas steht jetzt auf Ja, der Rotog ist von der Front Ich bin unlocked Hier leiten wir Molten-Core-Kille Undying, keine Ahnung Ah, bisschen hat es gestorbt Für so und soviel Zeit Oh, das wär das mal bei Wo ist er? Ja Der wollt grad nuff, ist dann der Röder nur noch Und die Mercy ist wieder down Jo, ist ziemlich easy die zu fahren Nein, leider kann ich weiter Ich treff nix Nee, okay Wenn es ganz hin muss, dann mach ich es halt Da ist ein Junkrat Rechts, links, was weiß ich Dort Boah, Helder sterben nicht Helder sterben nicht Du hast die Chance von dir jetzt Du hast die Chance von dir jetzt Jetzt ist der Soldier dran Mercy Mercy und Reinhard von rechts Äh, nur noch Mercy Äh, nur noch Reinhard Ah, und es war links Ja, okay Ist mal so Also, ich hab eigentlich nix gemacht am Schnell Nur so Jetzt kommt nur die Frage, wer das Knall hat eigentlich Wie man hier und da so Dinge hinkriegt Nja Nja Nja, hab ich's Knall geklaut Ja, da war ich dabei Denke ich Das war, das war ganz gutes Knall noch einer hat das sieht man jetzt dann gewiss jetzt dann gewassen Hauptsache kein Turm an m ich hab mir gedreckt das ist ich hab mir gedreckt der Nazi-Spray GZ-Why choose Healer? ja why you do that? aber die russische Lamp do that do that do that so hätte ich allerdings schon gerne Healer dabei also wenn jemand einen Tank spült ah ok A Bastion of the King of the Hill Map das wird interessant ich bin Reinhardt bin bei Eliminations und Damage der Beste in Gold bei beiden die richtige Frage ist warum bist du eigentlich nicht im Damteam doch ja und doch schon gebaut sind ich dachte wir wären 6 mittlerweile sind wir 5 5 Lautzen 2 1 Runde 1 nehmen sie den Ziel ein Blüten jetzt wird gelötet ja löten blüten tue ich sehr gerne ja warum löst die weg weg löten hey wie kann das denn das denn hier Lucio schon brennt weil sie mehr Schade genommen haben der mehr Heile gemusst hat der mehr Heile gemusst hat ja das ist nur noch eine Trabzahl auf einen Punkt ne nicht mehr ja ja der maximale als jetzt geht du das hm rettet doch jetzt alle dem no doch musste ich jetzt grad das ist eure gerechte Strafe ich hab grad 100 NRGs muss ich ausnutzen komm mal hin Leute nice Benno Benno 4 4 5 1 2 2 4 5 5 5 5 6 5 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 6 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 11 12 12 12 13 14 14 15 16 10 14 20 16 16 16 16 17 17 18 18 19 21 20 20 21 21 22 21 Warte, löten wir weg. Ja, warte. Nee, Reap hat unser Ball schon weggelötet. Warum? Ah, das kann. Kann man mit auf eine Seite kommen? Nee, nee, nee. Oh, ich bleib noch. Bleib noch. Ja. Oh, jetzt wollen sie es aber wissen. Ja. Da, und erst jetzt... ...hab ich gebeten. Hast du alle? Ah, drei. Drei hab ich gehört. Ja. Oh, wie ein. Na, Sushi. Na, Sushi, ne? Steck, 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 steck! Ja, Sushi. Ja, na, Sushi. Wir haben hier schon noch Hund, haben wir zu. Haben wir hungrig Unkafer. Was? Und das wäre einfach anders. Vorsicht! Der kommt da, der kommt da von, äh, vom Fen... Ne, von vorne! Von vorne, von vorne, von vorne, von vorne! Ich steck den Druck rein! Halt mich mit die Lücken zu. Du hast schon mal was nekken, man bist ja leise. Also ich bin jetzt schon leise. Ja, sei bitte leise. Wir sind hier schnell Ja, leise, hallo Alter Gehen hin, naja, äh, Moment Ja, warten Warten im Garten, wir sind die 6 Ufff Wenn man auf der Seite drehen kann, wir dringend den Schuh auch raus Ja, jetzt, nein Komm von vorne, fängst du ab, ab gehts Löten, nicht auf der Ablöten Jawohl Nein Nein Der Kacken steht Ja Reicht einmal ein Heel Noch einmal ein Heel? Kommt Löten sie weg Löten sie weg Kommt now, rief Dringen auf die preyse Glitud bourg Lügner auf die nicht Schütze Wir hatten auch Behörm Fotaparte Feld Kling Zitat Gaffend Zurück auf Patrol. Die Zeit wird knapp. Setzt sie unter Druck. So. Das ist mir schon eine Ultfarme. Das ist eure gerechte Strafe. Nice. Das ist eure gerechte Strafe. Oh, Hauptskepsen hat er. Oh, so. Äffle, 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 äffle. Unser Ultor. Löten. Ey, jetzt kann er sieh. Löten. Jetzt wird's massiv. Oh, ich werde mal an. Ja, jetzt hat man es tatsächlich nach hinein die Kills überholt. Ja, das war ich. Ich weiß nicht wie. 35. Ich hab gerade einfach nur gelöt. Und dadurch hab ich von jedem die Kills getät. Wie sie gestorben sind, weil ich jeden Ammo aggettet hab. Highlight des Spiels. Oh, mit Intro. Boah, die Kutsa. Sau cool. Ah, das war das. Das war witzig. Ja. Also, das kreiert sogar bei der Hand nach in die Fress. Dings, das war ein Sings. Ne, wenn der Brenner hatte, hat er auch gar nicht gekriegt. Offiziell. Ja, du dafür gibst halt Daumen hoch. Danke. Oh, in der Lötbox. Oh, in der Lötbox.